Tut er ihn, tut er ihn, tut er ihn bitte oder sowas, keine Ahnung. Ich bin jetzt gerade richtig, bitte, bitte, mir fehlen noch zwei Kills, bitte, noch zwei verdammte Kills, bitte, mach doch jemand, nein! Was geht Leute, mein Name ist Danny, willkommen zu einem neuen Versuch, ihn infiziert, eine KM-Strike zu bekommen und ich hoffe, ich bin nicht der Erste, der hier infiziert wird, manchmal habe ich das Pech und bin gleich der Erste, beziehungsweise einer, nicht ich, gut, er ist es nicht, aber irgendein anderer hat gelitten dafür, Gott, habe ich Angst, auf diesem Map kenne ich mich leider nicht so gut aus, aber ich gehe einfach mal dahin, wo die meisten sich gerade befinden, oh, was ist das für ein Ohrhard, was ist das? Gott, ich habe auf diesem Map nie gespielt, hier sind aber alle gerade, alle, wow, der ist ein Camper, chill mal, Digga, du kannst doch nicht erwarten, dass du nicht stirbst, wenn du hier die ganze Zeit rumliegst. Wo ist er? Oh mein Gott, wieso stirbt er nicht? Ich will natürlich überleben, aber ich brauche auch ein paar Kills, aber je mehr Leute von mir sterben, ich bin der Einzige, der halt nicht sterben darf, mit vielleicht zwei anderen. Ein toter mehr, nein, ich habe immer noch keinen Kill, wow, ein Assist, oh, läuft bei mir gar nichts gerade. Ja, wenigstens zwei Kills, obwohl ich kaum Munition mehr habe, leider, also wir müssen ein paar Leute reinkommen lassen, und die müssen mir das Päckchen dann überlassen, weil das wird sonst problematisch, ich kann ja nicht raus quasi, ne? Ja, langsam geht die Munition leer, und ab spätestens dann, ach, hier, aber wieso kriege ich das Päckchen nicht? Ja, jetzt, 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 das war das Einzige, was ich wollte, vielen Dank. Vier Kills bis jetzt, sieht nicht so schlecht aus, aber jetzt auch nicht so gut, mein Kopf juckt, das ist immer sehr, sehr schlecht hier. Oh mein Gott, ich schieße immer 10.000 Mal drauf, obwohl zweimal eigentlich reicht, ne? Zweimal reicht es vollkommen eigentlich. Was? Was? Ernsthaft? Gott, vielleicht soll ich nicht so oft drauf schießen. Haben wir hier ein bisschen Päckchen oder sowas? Ja, wir haben hier eins, aber wir haben nur noch zwei Munition, sieht sehr schlecht aus für mich. Gib mir die Munition, vielen Dank. Oh mein Gott, diese Map ist gut dafür. Alter Schwede, eine der besten Maps dafür. Manche Maps sind einfach nicht gemacht für sowas, gib mir bitte. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Teammates. Teammates, Teammates, Teammates. Oh mein Gott, nein! Fuck! Ach, schade. Gott, ist das schwer. Ist das schwer, eine K.I.M. zu bekommen? Alter Schwede. Man denkt immer, das ist so einfach, aber nach einer Zeit... Ah! Wisst ihr, was wir versuchen, das noch einmal? Weil, ich weiß nicht, aber ich bin... Ich geb mich damit immer nicht zufrieden. Es ist echt nicht einfach. In jedem Ladescreen, in dem ich quasi bin, ist es immer so, dass ich schon überlege. Ich sehe ja, welche Map es sein wird, wo ich hingehen werde, weil ich kenne ja die meisten Maps. Ich musste übrigens die Map-Hacks raustun, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Und hoffentlich bin ich nicht der Effizierte. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, Glück gehabt. Und hier ist auch ein guter Ort eigentlich, oder? Hat was. Hat was, muss man ja sagen. Und hier ist auch eine sehr schöne Gegend. Also eigentlich, nee, hier ist nicht so gut. Und ich finde es doch eigentlich schon, wenn einer hier ein bisschen aufpasst und ich passe zum Beispiel hier auf, eigentlich richtig gut hier diese Map. Aber man muss halt gute Teammates haben. Ich kann mich nicht auf zwei Sachen konzentrieren. Nicht auf das und auf das hier. Vor allem von hier unten kann man auch getroffen werden. Komm schon, wir kommen Kill. 50 Sekunden noch. Sollte ich das Spiel vorbeinnehmen, wenn er keinen Kill in 50 Sekunden bekommt. Ist mir ein bisschen komisch, weil ich meine, er hat eine Pistole, wisst ihr? Eigentlich dürfte es nicht so schwer sein. Wow. Komm schon. Komm schon. Kill doch jemand. Ja. Ja. Vielleicht sollte ich doch lieber nach oben gehen, aber ich mag diese Spots. Okay, eigentlich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich mag die Spots, wo ich alleine bin, mehr. Die können ja auch von unten, von links kommen. Das wird sehr, sehr knapp sein dann. Ich mag die Waffe. Ich finde es cool, mit der Waffe ist es schon möglich, infiziert, etwas zu schaffen. Vor allem, die können ja auch von links kommen, ne? Was? Was? Oh mein Gott, ruhige Hand. Endlich. Können wir aus der Hüfte ein bisschen schneller schießen und ein paar bisschen Munition dazu bekommen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich unterschätze immer, dass die auch von links kommen können. So, gut. Gott, ich habe auch Angst, mich wegzupositionieren. Aber ich würde gerne auf den Berg da gehen. Oh mein Gott, das war eine knappe Geschichte. Ich gehe mal lieber weg. Von da unten. Kommt die gar nicht von da unten, oder was? Ich gehe mal nach oben. Ich vertraue meinen Mitspielern einfach mal jetzt. Eigentlich, ja okay, der ist irgendwie eingeschlafen. Ich weiß nicht, ob er sich drum kümmert oder nicht. Aber es scheint irgendwie nicht so zu sein. Ich weiß nicht, was er hier macht, aber irgendwas macht er. Sieben Kills. Ich mache mir keine Sorgen, dass er irgendwie meine Kills klaut, weil irgendwie kommt er mir so vor wie eine Statua. Keine Ahnung. Okay, er hat mir doch Kills geklaut. Jetzt habe ich wenigstens Spezialisten-Bonus. Wow. Spezialisten-Bonus. Okay, der braucht die Munition. Gebe ich ihn gerne. Oh Gott. Hier passiert ja gar nichts. Ach, da kommen schon die nächsten. Ja. Jetzt kriegen wir langsam ihre Aufmerksamkeit. Das ist eigentlich das, was ich gerne sehen will. Persönlich. Komm schon, wieso kommt keiner von hier unten? Das verstehe ich nicht. Da unten ist ein Munitions-Speckchen. Ist schon ziemlich, ne? Na, scheiße. Er klaut mir echt alles. Danke, Teammate. Du bist der Beste ever. Ernsthaft? Oh mein Gott, ich brauche Munition. Teammate, bitte lass mir die nächste Munition, okay? Bitte. Wenigstens zwei Kills. Aber ich brauche Munition. Wo ist er? Ich gehe jetzt weg, ich gehe weg. Ja, der nächste wurde eliminiert. Das ist sehr gut, das ist. Ich habe Munition. Ich muss das wagen, Leute. Sorry. Meine Hände schwitzen so. Ihr wisst gar nicht, wie sie schwitzen gerade. Die tropfen ja quasi fast. Quasi-Modo. Mein bester Freund. Moment mal, ich habe keine Freunde. Stimmt. Wir müssen unbedingt Kills machen. Yay, der nächste wurde eliminiert. Oder nee, er hat eine Fünferabschluss eredet. Ihr läuft bei ihm. Ich habe eine 13er. Bei mir läuft mehr. Ich versuche auch halt so wenig, so wenig wie möglich zu verschwenden. Vor allem am Leben sind noch so viele. Am Leben sind einfach noch so viele. Ernsthaft. Okay, das mache ich lieber mal nicht. Wow, Headshot. Nice. Das Ding ist, langsam haben wir die Aufmerksamkeit. Ich muss da lang. Ich muss da lang. Verdammt. Ich kann da nicht lang. Ich kann da einfach nicht lang. Ich sterbe sonst. Ich brauche aber Munition. Verdammt. Da, dann liegt es jetzt. Ohne Witz. Vor allem, die sind da alle. Ich kann da nicht hin mit der Pistole, doch nicht. Ich habe die noch nie benutzt. Ist überhaupt gut? Oh, jetzt kommen alle. Jetzt kommen alle. Langsam ist vorbei, Leute. Langsam ist vorbei. Teammate. Teammate. Danke. Munition. Das, was ich gesucht habe. Okay, ab jetzt fange ich an ein bisschen zu rushen. Weil die Zeit wird knapp. Und nicht nur das. Ich will nicht nur eine Campte-Dings da haben. Ich muss. Ich will nicht. Ich bin nicht zufrieden damit, Leute. Von hier können auch welche kommen. Nicht vergessen. Okay, da ist keiner. Mach Kills. Mach jemand Kills. Tote ihn, tote ihn, tote ihn, tote ihn bitte. Oder sowas. Keine Ahnung. Ich bin jetzt gerade richtig. Bitte. Bitte. Mir fehlen noch zwei Kills. Bitte. Noch zwei verdammte Kills. Bitte. Mach doch jemand. Nein. Ich will nicht. Das war gut. Das war gut. Ich kann es nicht glauben. Es pisst mich einfach so extrem an gerade. Ich kann es nicht glauben. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt auch echt nicht gut gelaunt. Ich werde jetzt noch eine Runde spielen. Ich will das unbedingt schaffen. Aber das werden wir im nächsten Part sehen, wie es weitergeht. Das kann ja echt nicht wahr sein, oder? An sowas muss ich scheitern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Link in der Beschreibung ganz oben zum ersten Part. Kam super gut bei euch an. Sehr empfehlenswert. Daumen nach oben da lassen für mehr Infiziert K.E.M. Und dann machen wir auch noch in anderen Spielenmodus weiter und so weiter und so fort. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Ciao, ciao.